In der Nähe von Köln hat der Ölkonzern Shell die bisher größte Anlage Europas zur Herstellung von umweltfreundlich hergestelltem Wasserstoff in Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens sollen pro Jahr rund 1300 Tonnen von sogenanntem grünem Wasserstoff gewonnen werden. Kern der Herstellung ist die ausschließliche Nutzung von Wind- und Solarenergie. Ein Gericht in den Niederlanden hatte jüngst entschieden, dass der Ölkonzern seinen CO2-Ausstoß deutlich senken muss. Shell hat sich nun zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen.